Hallo, Hallo, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Tag, Guten Abend, Guten Abend, Guten Nacht, Gute Nacht. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Alles klar, alles klar. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht es? Gut, danke. Gut, danke. Es geht mir gut. Und dir? Es geht mir gut. Und dir? Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. Bis bald, bis bald. Bis später, bis später. Bis morgen, bis morgen. Ja, ja. Nein, nein. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Vielleicht, vielleicht. Dankeschön, Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Danke, danke. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bitte, bitte. Wie bitte? Wie bitte? Entschuldigung. 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 Wie heißen Sie? Entschuldigung. Wie heißen Sie? Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Es tut mir leid. Wie heißen Sie? Ich heiße Tom. Woher kommen Sie? Wo wohnen Sie? Woher kommst du? Wo wohnst du? Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Frankreich. Wer ist das? Das ist mein Vater. Sprechen Sie Englisch. Wer bist du? Wo sind Sie geboren? Ich bin in Stuttgart geboren. Ich bin in Stuttgart geboren. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Ich bin in Stuttgart. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Haben wir noch Milch? Haben wir noch Milch? Brauchen wir Salz? Brauchen wir Salz? Ist das eine Tomate? Ist das eine Tomate? Nein, das ist keine Tomate. Das ist ein Apfel. Nein, das ist keine Tomate. Das ist ein Apfel. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Wie viel möchten Sie? Wie viel möchten Sie? Wo finde ich Salz? Wo finde ich Salz? Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? Möchten Sie sonst noch etwas? Möchten Sie sonst noch etwas? Wie gefällt Ihnen die Wohnung? Wie gefällt Ihnen die Wohnung? Nicht so gut. Nicht so gut. Wie ist das Bad? Wie ist das Bad? Es ist groß. Es ist groß. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich stehe um 6 Uhr auf. Am Morgen mache ich das Frühstück. Am Morgen mache ich das Frühstück. Ich rufe Tom an. Ich rufe Tom an. Was machst du gern? Was machst du gern? Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Haben Sie am Samstag Zeit? Haben Sie am Samstag Zeit? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Wann kommst du morgen? Wann kommst du morgen? Ich koche gern. Ich koche gern. Wie ist das Wetter in Hamburg? Gut. Die Sonne scheint. Entschuldigen Sie, wo finde ich den Salz? Entschuldigen Sie, wo finde ich den Salz? Möchten Sie einen Tee? Möchten Sie einen Tee? Ja, ich trinke gern einen Tee. Ja, ich trinke gern einen Tee. Möchten Sie ein Wasser? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Lesen und schwimmen. Lesen und schwimmen. Meine Hobbys sind Lesen und Fußballspielen. Meine Hobbys sind Lesen und Fußballspielen. Wie ist das Wetter morgen? Wie ist das Wetter morgen? Ich spiele gern Fußball. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Haben Sie am Samstag Zeit? Haben Sie am Samstag Zeit? Ich habe keine Zeit. Wann kommst du morgen? Ich koche gern. Wie ist das Wetter in Hamburg? Gut, die Sonne scheint. Entschuldigen Sie, wo finde ich den Salz? Entschuldigen Sie, wo finde ich den Salz? Möchten Sie einen Tee? Möchten Sie einen Tee? Ja, ich trinke gern einen Tee. Ja, ich trinke gern einen Tee. Möchten Sie ein Wasser? Möchten Sie ein Wasser? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Lesen und Schwimmen. Ich mache gern Sport. Meine Hobbys sind Lesen und Fußballspielen. Meine Hobbys sind Lesen und Fußballspielen. Wie ist das Wetter morgen? Wie ist das Wetter morgen? Ich mache gern Sport. Meine Hobbys sind Lesen und Fußballspielen. Meine Hobbys sind Lesen und Fußballspielen. Wie ist das Wetter morgen? Wie ist das Wetter morgen? Wie ist das Wetter morgen? Ich mache gern viel creatures. Ich mache gern die sponsorship. Vielen Dank.